Ihr werdet eine Zeit der Dunkelheit haben, meine Kinder. Botschaft der Muttergottes Königin an Myriam Corsini in Carbonia, Sardinien, Italien am 27. April 2023. Heiligste Maria In der Welt gibt es so viel Elend, so viel Schlechtigkeit, meine Kinder, so viel Schlechtigkeit. Der Himmel spürt heute den Schlag. Jesus ist immer noch gekreuzigt, sein Weinen ist endlos. Der Mensch lässt nicht von der Sünde ab, im Gegenteil, er vermischt sich immer mehr mit Satan. Die Stimme Gottes Vaters ist im Universum zu hören, aber der Mensch hört nicht, tut so, als ob er nicht hören würde, und macht unbeirrt weiter mit seinem Bösen. Die Schlacht ist dabei, in großem Stil zu entbrennen, meine Kinder. Ihr seid in die Stunde, den Höhepunkt der Schlacht, eingetreten. Alles wird plötzlich in Flammen aufgehen und der Schrei des Vaters nach Gerechtigkeit wird groß sein. Die Menschen werden gezwungen sein, ihre Knie vor ihm zu beugen und ihn als den einen und einzig wahren Gott anzuerkennen. Meine geliebten Kinder, danke für eure Treue, danke, dass ihr so weit gekommen seid. Heute lächelt Jesus aus der Höhe seines Himmels auf euch herab und schließt euch ganz in seine Arme. Zieht das weiße Gewand in euch an, meine Kinder, denn bald werdet ihr eure Begegnung mit ihm haben. Die Sonne ist dabei, ihren feurigen Zorn auf der Erde zu entfesseln. Ihr werdet eine Zeit der Dunkelheit erleben, meine Kinder, eine Dunkelheit, die durch einen Stromausfall verursacht wird. Ihr werdet in die Lage versetzt werden, zu den Kerzen zurückzukehren. Betet, meine Kinder, in dieser Zeit, betet, nicht nur, weil ihr kein Sonnenlicht mehr haben werdet, sondern betet auch für die Rettung vieler Seelen. Alles wird in dieser Welt vergehen, aber das ewige Leben wartet auf euch im ewigen Glück der Liebe. Geht voran, ich nehme euch in meine Arme, halte euch an meinem Schoß und verbinde meine Hände mit euren Händen. Ich nehme euch mit mir zum heiligen Altar unseres Herrn Jesus Christus, wo er euch erwartet, um euch in seinem Haus für immer bei ihm unterzubringen. Kommt, lasst uns diesen heiligen Rosenkranz beten, lasst ihn uns mit dem Herzen beten, lasst ihn uns mit Gefühl beten. Die Zeit ist jetzt vorbei und ihr wisst es. Alles ist im Begriff, in der Wut der Natur entfesselt zu werden, und Gottvater lässt es zu, wegen der Sünde der Menschen. Das ist jetzt ein Begriff, in der Wut der Natur entfesselt zu werden. Das ist jetzt ein Begriff, in der Wut der Natur entfesselt zu werden.